Ja, Servus Freunde der unterirdischen Unterhaltung. Eigentlich hatte ich was anderes vorgehabt und wollte was zur Arnstädter Hohle in Erfurt machen. Und der Grabungsstelle vom Luftwaffenfernamt, also nochmal einen zweiten Teil dazu, weil ich noch alte Bilder gefunden habe. Das ist, wenn man die Arnstädter Hohle hochfährt, gleich rechter Hand. So ein Betonbauwerk kann man eigentlich nicht übersehen. Und ja, aber da mache ich jetzt die Tage dann ein Video dazu, habe ich mir gedacht. Ja, und dann machen wir jetzt, wie gesagt, mit Niedersachswerfen, wie am Titel schon ersichtlich weiter, den zweiten Teil. Und ja, die Aussage ist von mir ins Deutsche übersetzt, die kommt original aus dem Englischen. Und ja, hätte ich gesagt, fange ich einfach mal an. Niedersachswerfen, 18. Da der Kriegsgefangene nur einmal bei einer Gelegenheit im Niedersachswerfenkomplex war, kann er nur groben Überblick über den Komplex geben. und kann daher nicht genau ins Detail gehen. Er bestätigte die Aussage eines vorherigen Informanten, dass die Funktionsweise der Anlage aus zwei parallelen Tunneln bestehe, welche die Werkstätten bedienen, die davon abgehen. Dennoch war der Bau, auch wenn er ziemlich eben ist, nicht geradlinig im Verlauf. Und das Regelspurgleis ging nicht in die abzweigenden Tunnel. Ihm ist aufgefallen, dass die Eingänge mit Beton- und Eisenbahnschienen verstärkt wurden und dass innerhalb der Galerien Schwachstellen mit Beton verstärkt wurden, in manchen Fällen einige hundert Meter lang. Er konnte keine Aussage zur Überbelastung machen. Der Informant glaubt, dass im Boden der Galerien ein ein Meter breiter Drainagekanal verlief, sowie ein weiterer mit 75 Zentimeter breit für die Rohre der Klimaanlage. Einige der Stromkabel waren in einen dritten Kanal installiert, zusammen mit anderen. Die Kabel für die Beleuchtung sowie die Telefonkabel verliefen entlang der Wände auf Eisenstützen. 21. Der Informant glaubt, dass eine Stromversorgung von 600 kW erforderlich ist, um die Klimaanlage zu betreiben. Auch ist er der Meinung, dass das eigene Kraftwerk dafür nicht ausreichend ist. Er ist weiterhin der Meinung, dass wenn man den regulären Strom abschalten, schrägstrich ausschalten würde, dass die Klimaanlage so gut wie aufhören würde zu funktionieren. Somit würden die Galerien feucht werden und anfangen zu tropfen, was für die nahezu unersetzlichen Maschinen desaströse Ergebnisse zufolge hätte. 22. Im Juli 1944 hatte Woffleben die höchste Priorität von den sechs neu vorgesehenen Projekten in der Niedersachs-Werfend-Gegend. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwei Eingänge, welche in zwei parallel verlaufende Tunnel übergingen, welche begonnen wurden. Diese verliefen ungefähr nordwest-südost durch den Berg. Davon gehen seitlich etliche Galerien ab, welche auch gerade aufgefahren werden. Es wird angenommen, dass es erhebliche Schwierigkeiten mit unterirdischen Quellen und Wasserverläufen beim Bau gab, als man auf diese gestoßen ist. 23. Es wird angenommen, dass nach Fertigstellung der Arbeiten dann Junkers dort Flugmotoren herstellen will. Woffleben, West, Klammer auf, Nie, Klammer zu Das Projekt, welches 800 Yards, Klammer auf, 914 Meter, Klammer zu, nordwestlich von Woffleben, von der Woffleben-Baustelle angefangen wurde, unter den Decknamen Nie, war die letzte Niedersachs-Werfen-Baustelle auf der Prioritätenliste. Seltsamerweise war es mit Woffleben eine der Baustellen, wo es im Juli 1944 so ausgesehen hat, als wenn die Bauarbeiten in naher Zukunft beginnen würden. 25. Nur ein Eingang war geplant und dieser befand sich an der südwestlichen Ecke des Berges, durch diesen Eingang gelangt man in die Hauptstollen, welche durch den ganzen Berg verlaufen. Diese Tunnel sollten dann mit 40 oder 50 quer verlaufenden Galerien verbunden werden. Ein Transportstollen verlief durch die ganze Anlage. Ja, genau, Klammer auf, Herr Stade hat sowas auch immer erzählt, Klammer zu, das jetzt nur mal so eingeworfen. Genau, ein Transportstollen verlief durch die ganze Anlage, um Transporte innerhalb der Anlage zu gewährleisten. Die Werkstätten sind so angeordnet, dass die Fertigung Richtung Norden verläuft, vom Eingang her. Die fertigen Waren werden am nördlichen Ende in Empfang genommen und gesammelt. Später werden diese durch den Transportstollen zum Eingang zurückgebracht. 26. Diese Fabrik war ebenfalls für Junkers vorgesehen. Allerdings hat der Informant keine weiterführenden Informationen, für was die Fabrik vorgesehen war. Im Juli 1944 wurde beschlossen, dass die bestehenden Stromkabel bis zu dieser Anlage erweitert werden, damit die Bauarbeiten beginnen können. Ilfeld, 27. Neben den oben genannten Anlagen wurde eine weitere Junkersanlage in den Bergen ein Stück westlich von Ilfeld geplant. Klammer auf, welche sich in etwa 2 Meilen, Schrägstrich 3,2 Kilometern nördlich von Niedersachswerfen befindet. Klammer zu. Der Eingang soll sich in der Gegend von Punkt, Punkt, Punkt befinden. Dieser soll zu einer Anlage im standardmäßigen Gittermuster führen. Im Juli 1944 hatten die Bauarbeiten noch nicht begonnen. Es wurden lediglich beim Eingang Baracken für Bauarbeiter errichtet. Appenrode, 28. Alles, was der Informant weiß, ist, dass insgesamt sieben unterirdische Fabriken anvisiert waren. Die einzige andere Baustelle, welche er identifizieren konnte, war in einem Berg zwischen den Orten Ilfeld und Appenrode, nördlich der Straße, welche diese Orte verbindet. Es wird angenommen, dass der Eingang in der Gegend Punkt, Punkt, Punkt ist. 29. Im Juli 1944 wurden zwei Baracken für Baufirmen errichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Bauaktivität und es wurden noch keine Stromkabel dahin verlegt. Stromversorgung, 30. Der Informant behauptet, dass im Juli 1944 alle fertigen unterirdischen Anlagen und auch die, welche sich noch im Bau befinden, durch eine exklusive 110 kV Stromleitung direkt vom Kraftwerk in Bleicherode bedient wurden. Bei den neuen Anlagen wurden 110 kV Stromleitungen direkt in die Tunnel gelegt, wo sie in Umspannern, welche in den Galerien installiert wurden, endete. Von dort kam dann der Strom für die Maschinen, welche in den unterirdischen Werkstätten installiert wurden. Der Informant verstand, dass dieses System schon in der Niedersachswerfenanlage verwendet wurde. 31. Es war beabsichtigt, dass sobald neue Anlagen in Betrieb genommen werden, dass diese zusätzlich Strom von einem Kraftwerk, Klammer auf, Powerstation, Fragezeichen, Klammer zu, aus Frohse, Klammer auf, bei Magdeburg, Klammer zu, über eine 110 kV Leitung beziehen, welche in Woffleben endet. Hier soll sie an das unterirdische Netz, Klammer auf, Gitternetz, Klammer zu, angeschlossen werden, was bereits die vorhandenen Anlagen bedient. Im Falle der bereits existierenden 110 kV Leitung aus Bleiche-Rode wurde der Strom erst in 20 kV, dann in 6 kV umgewandelt im Niedersachswerfenkomplex. 32. Laut den Erzählungen des Informantens sind Bleiche-Rode und Frohse die einzigen beiden Quellen, woher die unterirdischen Anlagen um Niedersachswerfen ihren Strom herbeziehen. Er erklärte, dass es nicht beabsichtigt sei, auf andere Quellen zurückzugreifen, weil die anderen Kraftwerke sowieso schon an der Leistungsgrenze arbeiten und es akut an Material fehlt, um Überlandleitungen zu bauen. Daher muss man auf Kraftwerke in der Nähe zurückgreifen. 33. Die neue Leitung aus Frohse soll südwestlich durch das Land verlaufen, auf ein Drittel seiner Länge. Von da aus fast westlich nach Woffleben. Aufgrund des akuten Materialmangels, Klammer auf Kabel und Masten, Klammer zu, und der Ökonomität geschuldet, wurde die direkteste Verbindung gewählt. 34. Im Juli 1944 wurden die Löcher für die Strommasten ausgehoben und in Frohse lagerten Strommasten für ungefähr ein Viertel der vorgesehenen Strecke. Einen Monat später, warum auch immer, wurden die Maschinen für die Projekte in Leitmeritz angefordert, wurden die Masten, Entschuldigung, für die Projekte in Leitmeritz angefordert. Diese Projekte hatten zwischenzeitlich Vorrang und einige von den neuen Masten wurden auf Befehl später dahin verbracht. 35. Den Vertrag für die Lieferung von Masten hatte die Firma Seidel aus Falkenstein, Klammer auf Vogtland, Klammer zu, welche angeblich drei Masten am Tag liefern konnte. Ja, das war jetzt dann quasi der zweite Teil. Der dritte Teil ist dann nicht mehr ganz so lang, aber dennoch interessant. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass das einigermaßen ein bisschen Inhalt war und ja, dass ich nicht nur quasi immer so inhaltslosen Kram liefere, wie mir vorgeworfen wird. Naja, gut. Ich bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal bei der Anstetter Hole in Erfurt.